Applaus Darf ich euch erstmal angucken? Weil ich hab noch nie Stuttgarter gesehen, die wirklich auch selber in Stuttgart wohnen. Da kennen nur die, die bei uns da alle rumhängen. Ja, wirklich. Ihr seht viel besser aus. Ihr seht so ja so aus, als ob ihr froh seid, dass die, die bei uns sind, nicht mehr hier sind. Ja, viel Glückwunsch. Ja, voll. Ja. Nee, aber ich hab auch wirklich überhaupt nichts gegen Schwabe. Wirklich. Auf keinen Fall. Ey, mein Vermieter ist Schwabe. Ja, von dem her ich mein Leben ab. Außerdem haben wir ja auch so ein bisschen das gleiche Problem mit diesem Dialekt, wa? Ihr hörtet schon. Er ist berlinerisch, also ist nicht sehr beliebt. Im Rest von Deutschland, euer Jahr auch nicht. Ja, das ist ja so. Aber wir kriegen's doch nicht raus, Leute. Ich bin in der dritten Generation Berlinerin. Ihr kriegt es nicht raus. Aber wenn ihr es gar nicht aushaltet, dann denktet euch weg und stellt euch vor, es ist Schwäbisch. Ja, ja. Punkt mehr. Ansonsten, ja, bin ich halt als Frau hier. Oder? Wahrscheinlich sogar als Quotenfrau. Ist doch großartig. Ich find's super, dass ich aufgrund meiner Geschlechtszugehörigkeit schon interessant bin. Das ist doch toll. Kenn ich nur von früher aus, im Sexualbereich. Ja. Aber ich wusste überhaupt nicht, weil ich heute hier anziehen soll, in Stuttgart. Ja, weil es ist ja auch so. Das hat mir neulich so ein Kulturmanager erklärt. Also, ich muss für euch, ja, wenn ich auftrete, muss ich sofort im ersten Moment für euch lesbar sein. Das heißt, ihr müsst aufgrund meiner Klamotte und meiner Ausstrahlung wissen, was ich für eine Haltung vertrete. Also, wie so eine Marke. Ja, damit ihr wisst, welches Produkt ihr gleich konsumieren werdet. Das hat mich komplett überfordert. Deshalb sage ich euch, wie das... Also, ich bin ne ehemalige Sexbombe. Und jetzt ist ja zu lachen. Könnt ihr euch nicht... Ey, ich hatte wirklich alles, was man braucht. Hier, bitteschön. Ja, hier so blonde Haare. Also, die waren damals noch nicht gefärbt. Und so zwei Meter lang. Die habe ich immer so geschüttelt. Ja, bitte. Ja. Ja, dann waren hier... Die waren damals schon echt, aber ich hatte so Trotteln dran. Ja, da konnte ich immer so... Meinen Namen konnte ich da so in die Luft schütteln. Da, 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 da. So, hinten war auch Sexbombe. Rechts, links Sexbombe. Einmal rum. Fertig ist die Sexbombe. Es ist deprimierend einfach. So, aber das ist ja jetzt Gottlob vorbei. Jetzt kann der Feminismus kommen. Und ich bin nur noch Best-Ager, Leute. Ich werde in diesem Jahr 53 Jahre alt. Ja, das ist großartig. Ja, voll. Ja, also, das ist doch ein tolles Alter. Also, vor allem für eine Frau. Für Männer nicht so. Die müssen jetzt ihr Krankenhaus-Köfferchen immer schon bei sich tragen. Aber wir Frauen, wir starten nochmal richtig los. Ja, wir werden jetzt so reden. Wir sollen aus unserem reichen Erfahrungsschatz... Sollen wir irgendwas dann machen. Also zumindest nochmal dieser Schabracken-Literatur-Glauben schenken da. Habt ihr denn hier in Stuttgart Schabracken-Literatur? So alte Schabracken schreiben Bücher darüber, wie geil es ist, endlich eine alte Schabracki hier bei uns zu sein. Ja, die haben auch tolle Titel. Da geht noch was. Mutti außer Rand und Bank. Drogen im Alter. Endlich zeigt die Kasse. Heiße Sause nach der Mähnung Pause. Yeah. Ich freu mich, wirklich. Meine Freunde gehen nicht so. Ja, also, all die Frauen in meinem Alter, die jammern immer. Die jammern und meckern. Sagen wir mal, guck mal hier, guck mal, schon wieder graue Haare. Und guck mal hier, jetzt seh ich aus wie die Mutter von Derrick. Und guck mal hier, mein schönes Schmetterlings-Tattoo. Nur noch ne Motte. Und dann geht das immer los. Guck mal, und wenn ich so mache, wenn ich so mache, dann seh ich aus wie ne tote Flederbaus. Und wenn ich dann so mache, wenn ich so mache, dann seh ich aus wie ne Vatermannschaft. Und wenn ich so mache, dann seh ich aus wie ein Känkerum. da denke ich immer, dann mach doch nicht so. Mädels, ich denke mal, was habt ihr denn gedacht, dass das immer so weitergeht mit der ewigen Jugend? Ab 40 musst du dann wir selber bezahlen. Ich mach doch nicht, da muss ich auch mit dem Quatsch und nicht mehr anrufen. Ich bin so viele Frauen in meinem Alter und älter her, die sich beleidigt, diskriminiert und ausgegrenzt fühlen. Nur weil ich irgendein Testosteron- geplagter Pavian ihm noch hinterher pfeift oder sie am liebsten direkt von hinten begatten möchte, auf der Straße. Hör mal, ich bin froh, dass diese hirnlose Hechelei sich endlich dem Ende nähert. Ich will auch keinen jungen Freund oder sowas. Ich bin doch nicht blöd. Ich will doch nicht, dass der Kerl hübscher ist als ich. Wir sind doch nicht bei den Enten. Oder? Ich hab überhaupt ab 40 erst angefangen, mit Männern Gespräche zu führen. Weil die auch mal dahin gucken, wo ich auch rede. Und das ist schön, das ist ein sicher Austausch. Ja, seit neuestem, da schütten die mir ihr Herz aus. Ja, weil die haben es ja schwer, die Männer jetzt. Die sind ja so verunsichert. Mit diesem ganzen MeToo und so. Die wissen ja gar nicht, was dürfen sie denn überhaupt noch? Was darf man denn noch? Darf man noch ein Kompliment machen? Darf man der Frau noch die Tür aufhalten? Oder glaubt sie denn, ihr denkt, sie ist behindert? Darf man ihnen die Tränke ausgeben? Oder wird jetzt nur als Einzahlung verstanden? Nur ich, nur ich war einer, der hat fast geweint. Der war so fertig. Der hat gesagt, was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt, wenn ich jetzt wirklich mal sexuelles Interesse habe? Und ich darf ja jetzt nicht mehr, wie soll ich denn das klar machen? Ich darf ja nicht mehr sagen, ich darf ja nicht mehr sagen, dass ich vom TÜV kommen und mal die Hupen prüfen möchte. Da weiß ich doch jetzt gar nicht, was ich will. Was mach ich denn denn? Was mach ich denn denn? Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn? Bleib doch mal ganz ruhig. Mach doch einfach mal gar nichts. Vielleicht macht sie ja den ersten Schritt. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Und selbst wenn, wir Männer, wir sind ja evolutionsmäßige Seen, eher Jäger. Und die kannst du mal nicht leiden, wenn sich der Dreh tot vor die Tür legt. Ja, da kommt man nicht raus aus diesen Rollenbildern. Aber ich merke immer mehr Männer wollen da auch raus. Ja, aus diesen alten Rollenklischees. Und weil es sehr ja häufig war, bei uns in Berlin, haben wir ja die sexistische Werbung abgeschafft. Bei euch gibt's das noch wahrscheinlich, wa? Also sexistische Werbung, kennt ihr noch, betrifft eigentlich Frauen. Also junge Frauen, die wenig frieren. Ja, und die ihre Dinger oder sonstige sekundäre Geschlechtsmerkmale mit einem zu einer Kamera halten, sich dabei auf so einem Auto regeln, in der Hoffnung, dass das Auto dann an Mann kommt. So läuft es. Aber das betrifft auch Männer. Ja, die sind ja auch betroffen. Ihr kennt die Werbung. Vor der Tagesschau immer. Ja, geht das. Bauhaus. Mann mit dem Blau an. Du machst es für deine Freunde. Für deine Nachbarn. Für deine Frau. Bei allem, was dir wichtig ist. Machst du keine halben Sachen. Doink, 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 doink. Bauhaus. Wenn's gut werden soll. Das ist doch sexistisch. Ja, das ist so sexistisch. Ich kenne so viele Männer, persönlich, die die Schnauze davon voll haben. Ihren Frauen, ihren Ex-Frauen, ihren Schwestern, ihren Schwägerinnen, ihren Schwiegermüttern, die Bude zu renovieren oder ein Regal anzubauen. Die wollen das nicht mehr machen. Nur weil sie können. was ich persönlich sehr bedauerlich finde. Ich finde, er soll das Regal anbauen. Ich kann's selber. Aber ich möchte nicht. Ja, und dann kommen sie, dann kommen sie alle immer mit den Bärten jetzt. Jetzt haben sie Bärte. Ganz viel Bärte. Ja, und die haben ja nicht nur Bärte, die haben ja auch Badöl. Und Badstompe. Und Bad wachst. Doch, 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 doch. Aber ja, ich weiß es. Ja, und die Bärte ist immer so. Und du wachst, ich weiß, warum die immer so machen. Weil sie nicht mehr so machen dürfen. Ich erwarte da. Du, ich finde es unheimlich doof, dass du mich nur auf meine handwerklichen Fähigkeiten reduzieren willst. Ich habe auch ganz andere Qualitäten. Er wachst, deinen Bart pflegen, oder was? Ich meine, ich bin echt für den Feminismus. Aber es gab Dinge, die waren früher einfacher. Renovieren zum Beispiel. Ja, da musstest du als Frau, musstest du nur mit so einem Pinsel so fuchteln. So, und dann musstest du so ein ganz hohes Stückchen reingehoben. Ich kriege vor lauter Feminismus die Stimme ja nicht mehr hoch. Oh, jetzt ist mir der Pinsel runtergefallen. Was mache ich denn jetzt? So, und dann kam so ein Eberhart oder Bunbert. Ja, dann hat er den Pinsel und so, oh Mäuschen, lass das mal den Meister machen. Dann haben wir den Pinsel und dann fingen wir an zu arbeiten. Und man selber musste nur alle vier Stunden mit einem Kaffee oder einem Bier vorbeikommen und sagen, ach, wie du das machst, das ist so gut, bitte, mach weiter, hör mich auf. Und dann war die Bude fertig, Mann. Heute soll ich die ganze Scheiße alleine machen. Ich soll in DAX-Konzernen, in die Führungsetage. Dann soll ich noch vier Kinder kriegen, die soll ich alle gesund ernähren. Dann soll ich in meiner Freizeit noch einen Tee wieder ins Kurs machen, damit ich knackig und knusprig bleibe. Und dann soll ich auch noch die Bude renovieren. So habe ich mir den Tee-Legist, muss ich vollstellen. Jungs, ein kleiner Tipp. Bei aller Warnpflege. Hin und wieder mal ein Regal anbauen oder eine Wand streichen, dann haben euch die Mädels auch wieder lieb. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.